Hallo, so schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy & Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin unter anderem jeder Host von diesem Podcast seit vielen, 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 vielen Jahren. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie vielte hundertste Folge das hier ist. Und meine große Vision ist es, das Thema Spiritualität in die Mitte unserer Gesellschaft zu bringen und dass ein spirituelles Leben das neue Normal ist. Dass es einfach normal ist, dass wir nicht nur mit unserem Kopf und unserem Verstand durch unser Leben gehen, sondern auch mit unserem Herz, mit unserer Seele. Und dass wir ein Leben erschaffen, das wirklich in Einklang ist mit dem Menschen, der wir sind. Und dafür gibt es einen Podcast, dafür gibt es mein Online-Programm, die Rise Up in Schein Uni. Dafür habe ich in diesem Jahr das erste Mal angefangen, Menschen auszubilden in der Spiritual Life Coaching Ausbildung und mache noch ganz, ganz viele andere lustige Dinge wie Bücher schreiben und so weiter und so fort. Und ich freue mich so sehr, dass du hier wirst, wir Zeit miteinander verbringen können und du diesen Raum auch in deinem Leben aufmachst, dich weiterzuentwickeln, immer mehr in deine innere Welt einzutauchen, herauszufinden, wer du bist, was du in deinem Leben erschaffen möchtest, wofür du losgehen möchtest, wofür deine Seele hier ist. Was du beitragen möchtest, was du verändern möchtest. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge in diesem Kontext auch wirklich inspirieren wird, denn ich habe zu Gast den wundervollen Philipp Müller. Und Philipp Müller ist Spiegel-Bestseller-Autor, er ist der Gründer der Investment Akademie, einer Akademie, die Menschen beibringt, finanziell unabhängig zu werden. Er ist selber der Gründer von so vielen unterschiedlichen Unternehmen in der Finanzwelt und ist auch ein Philanthrop. Er spendet jedes Jahr mindestens einen siebenstelligen Beitrag. Und sein Wunsch, sein tiefer, tiefer Wunsch ist es, dass wir wirklich ein anderes Wissen über Geld bekommen, dass wir Geld anders denken und verstehen. Und er versucht, dieses Wissen, dieses Finanzwissen, das Geldwissen an Menschen weiterzugeben, unter anderem in seiner Akademie. Und Philipp und ich sprechen in diesem Interview darüber, warum wir eigentlich alle so viele negative Glaubenssätze über Geld haben. Philipp hat selber auch eine sehr bewegende Geschichte zu dem Thema, so wie viele von uns wirklich ja auch in unserer Kindheit mit dem Thema Geld auf eine negative Art und Weise konfrontiert worden sind. Und dass so viele von uns so viel Schmerz und negative Emotionen mit Geld verbinden, das natürlich in logischer Konsequenz dazu führt, dass wir kein Geld haben, dass wir auf eine Art und Weise unterbewusst immer wieder dafür sorgen, uns überhaupt gar nicht erst mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen oder es unbewusst eben abzulehnen. Und es geht in dem Gespräch mit Philipp darum, wie können wir eigentlich anfangen, anders mit Geld umzugehen, Geld anders zu sehen, Geld anders zu fühlen. Was ist Geld eigentlich? Wie kann man anfangen, anders über Geld zu denken? Wie können wir Geld anders lernen? Und was ist eigentlich investieren? Wie kann man anfangen zu investieren? Wie hat Philipp damals angefangen zu investieren? Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch zum Thema Geld. Und wenn du den Ruf in dir spürst, dass es für dich interessant sein könnte, eine neue Beziehung zu Geld aufzubauen, einfach mal ganz unvoreingenommen in dieses Thema einzusteigen, was Neues darüber zu lernen, dann ist diese Folge auf jeden Fall das Richtige für dich. Ich wünsche dir unglaublich viel Spaß dabei beim Zuhören und enjoy! Ich freue mich so sehr, wie ein kleines Honigkuchenpferd, dass wir es endlich geschafft haben, Philipp. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Happy, Holy & Confident. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass ich in deinem heiligen Zuhause dich besuchen darf. Lange hat es gedauert, aber meistens wird es dann ja umso besser. Wie geht es dir? Was ist in Philips Leben gerade aktuell? Was beschäftigt dich gerade? Hol uns mal ab. Ja, also dieses Jahr war besonders. Ich hatte Anfang des Jahres einen sehr, sehr schweren Unfall. Total verrückt auf der Skihütte. Bin ich auf Glatteis ausgerutscht und habe mir 13 Rippen gebrochen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich wirklich in jedem Lebensbereich nochmal hinter den Vorhang geguckt habe. Beziehung zur Partnerin, zu Freunden, unternehmerisch. Was ist noch offen? Ich hätte tatsächlich eine Etage nach oben reisen sollen. Jedenfalls nach den medizinischen Vorgaben. Und das nimmt einen schon mal aus dem Alltag raus. Und das Verrückte war, ich habe am dritten Tag auf der Intensivstation zu meiner Frau gesagt, und auch das hat was Gutes. Und da hat sie mich nahezu für verrückt erklärt. Aber das ist irgendwie so die Botschaft meines Lebens. Egal, was uns passiert, egal, was wir anziehen, egal, wofür wir der Magnet sind, egal, welche Energie da fließt. Es gibt etwas, und wenn es auch noch so hart ist, es zu erkennen, irgendwas ist gut an dieser Sache, die da gerade passiert. Und insofern habe ich einen jetzt die neun, zehn Monate hinter mich gebracht mit doch mehr über mich selbst, über das Leben nachdenken und auch über die Gesellschaft, auch mit meinem Thema mit Wirtschaft und Finanzen. Und es war ein besonderes Jahr. Was würdest du sagen, in Hinblick auf deine Partnerschaft, was hat sich verändert? Und was würdest du sagen, in Hinblick auf dein Business, was hat sich verändert? Also Partnerschaft ist bei mir etwas ganz Besonderes, weil wir mittlerweile 16 Jahre zusammen sind. Wow. Und ich kann sagen, meine Ehefrau, das ist keine Floskel, meine Ehefrau ist meine beste Freundin. Sie ist die Mama meiner Kinder, sie ist meine Ehefrau und ich teile mit ihr wirklich alles. Und ich hatte jetzt am Wochenende gerade einen besonderen Moment, weil sie bei uns, sie kommt immerhin inkognito. Es gibt von ihr nichts draußen im Netz, weil sie das nicht mag. Und sie war auf unserem Event mit fast tausend Leuten als anonymer Gast. Und ich glaube, man kann sich nichts Schöneres vorstellen, als als Ehefrau da unten in der zweiten Reihe zu sitzen und dein Mann macht da oben so eine Liebeserklärung, die ich im Übrigen in jedem Event mache, weil Familie ein ganz großer Baustein in meinem Leben ist. Aber wenn du da unten sitzt und dein Mann das da oben tut, ich glaube, was Schöneres hat es für sie, eine bessere Liebeserklärung hat sie nicht bekommen. Ich bemühe mich oft, aber dieser Moment war echt besonders. Und was das Unternehmen betrifft, das ist eine Ebene größer geworden. Und zwar nicht wirtschaftlich eine Ebene größer, sondern dieses Sinn stiften. Weil so viele Menschen durch wirtschaftliche Zwänge, ich will auch gar nicht von Ängsten oder Nöten oder Sorgen reden, aber doch wirtschaftliche Rahmenbedingungen, viele Träume nach hinten verschieben. Und dann erlebst du mit Mitte 40, dass es auf einem Schnipp zu Ende sein kann. Das macht schon was mit dir. Dein Thema, mit dem du ja nach draußen gehst, ist Geld, Finanzen, Wirtschaft. Und du hast da ja einen sehr, wie soll ich sagen, alternativ ist, glaube ich, das falsche Wort, einen sehr konstruktiven, positiven, ja, du hast schon einen spirituellen Blick drauf, kann man ja so sagen. Was ist deine Definition von Geld? Was hast du vielleicht als Kind auch über Geld gelernt? Und gab es etwas, was du Negatives über Geld in deiner Kindheit gelernt hast, was du im Laufe deines Lebens transformiert hast? Und das vielleicht auch der Grund dafür sein könnte, dass es heute dein Lebensthema geworden ist. Weil es gibt ja in der Native American Kultur dieses Saying, dass jeder Mensch seine Original Medicine mitbringt. Also diese Medizin, die wir mitbringen, um einander zu heilen. Und oft finden wir diese Medizin in unseren eigenen schmerzvollsten Momenten. Und das würde mich bei dir einmal interessieren, weil du brennst so sehr für dein Thema, dass die Vermutung sehr nahe liegt, dass es für dich ein sehr emotionales Thema ist. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr emotionales Thema. Das ist eigentlich der eigene Weg meiner Heilung. Mein Papa war Maurer, dann später kleiner Bauunternehmer. Und irgendwann, als ich so 14, 15 Jahre alt war, ist die Firma ihm um die Ohren geflogen. Und er ist schwer krank. Also er ist erst schwer krank geworden. Da war ich 13, 14. Und dann hat er in der Folge versucht, die Firma ein bisschen größer zu machen, weil er nicht mehr leisten konnte körperlich. Er ist aber, Gott hab ihn seelisch, er ist jetzt schon ein paar Jahre im Himmel. Er ist tatsächlich auch in dieser schweren Krankheit dann irgendwann verstorben. Er ist eben kein Unternehmer gewesen. Kein Mensch, der Geld konnte, der unternehmerische Entscheidungen, kaufmännische, solche Dinge konnte. Sondern er war wirklich Handwerker, wie er im Buche steht. Und ein unglaublich toller Handwerker. Und ich hab gesehen, was es für meine Familie bedeutete, wenn das Geld auf einmal zu Ende ist. Was hat das bedeutet? Lass mich einen Satz noch sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, in Deutschland kann Geld nicht zu Ende sein, weil irgendwie Essen und ein Dach haben wir alle. Aber was bei uns passiert ist, war folgendes. Ich hab einen Zwillingsbruder. Für uns ist erstmal nicht wirtschaftlich so viel passiert. Aber mein Papa hat im Prinzip rund um die Uhr gearbeitet. Trotz seiner schweren Krankheit. Also 100% schwerbehindert. Beidseitiges Nierenversagen hat er damals gehabt. Mit Dialyse und Spendenorganen und alles, was dazugehört. Das heißt, mein Papa war im Prinzip in meinem Leben nicht mehr vorhanden. Und meine Mama war, ja, man kann fast sagen, die war die Feuerlöscherin. Und weil die so viel Haus, Garten, zwei Kinder, meinem Vater den Rücken frei halten, die hatte so viel, dass ihr Freundeskreis so ein bisschen, man kann fast sagen, zusammengebrochen ist. Und was war das Ergebnis? Ich wurde mit 14 Jahren ihr bester Freund. Und bester Freund bedeutet eben auch, okay, da ist ein Girokonto, wo eine siebenstellige negative Summe drauf ist. Und vielleicht können wir nächste Woche oder nächsten Monat nicht mehr im Haus wohnen. Vielleicht ist das Auto weg. Vielleicht. Und dieser Schmerz hat mich, weil dieses gesunde Familienleben, was wir vorher hatten, mit Zeit, mit Liebe, mit Wertschätzung, hat unsere Familie auf eine Art auseinander gedrängt. Und zwar nicht, weil eben nicht mehr genug Geld da war, sondern weil sich die Rollen verändert haben. Weil mein Papa eben versucht hat, irgendwie das zu überleben damit. Meine Mama hat eben versucht, Löcher zu stopfen. Und ich habe gemerkt, was Geld, und du hast das gerade so gefragt, was Geld für mich eigentlich bedeutet. Und Geld für mich ist einfach, das ist ein Zeichen von Freiheit, ein Zeichen von Energie. Es ist schlussendlich ein Werkzeug. So wie wir früher das Brot gegen die Eier getauscht haben, haben wir halt jetzt irgendeine Währung, die uns ermöglicht, energetischen Austausch stattfinden zu lassen. Und das ist eigentlich zugleich Chance und Problem. Weil wenn man das gut besetzt, ist das eine tolle Chance. Aber in unserer Gesellschaft wird das halt häufig nicht gut besetzt. Sondern es wird eben, egal ob man jetzt die Leitseite betrachtet oder die Überfluss- und Gierseite, es wird halt häufig mit Dingen verknüpft, die gewisse emotionale und energetische Assoziationen haben. Und dann passiert dann häufig auch das in deinem Leben. Wie ist es dann für dich weitergegangen? Du warst 14, du hast dann diese Rolle übernommen. Ich war dann rückblickend, hat mein Papa in seinem Todesbett damals im Krankenhaus zu mir gesagt, du bist eigentlich schon so ein Stück in die zweite Familienoberhauptrolle gerutscht. Und ich habe in meinem Jugendzimmer mit 15, 16 gesessen und habe gedacht, alles klar. Also das kann man ja überhaupt nicht leisten. Das ist ja völlig verrückt. Was kann ich tun, um in meinem Leben es besser zu machen und vielleicht schaffe ich es sogar noch, so schnell zu sein, dass ich meinen Eltern helfen kann? Dann kam ein verrückter Zufall, die Börsenzeitung eines Nachbarn. Aber Zufälle kennen wir ja alle, wie die in unser Leben kommen. Und ich habe in meinem Jugendzimmer gesessen und habe gedacht, krass, dein Papa da draußen, der geht gerade zugrunde mit so einer so schweren Belastung, die er trägt, gesundheitlich, wirtschaftlich, unternehmerisch. Und du hast die Chance aus deinem Jugendzimmer, da gingen die ersten Computer los, ich bin Baujahr 77, Mitte der 90er. Du kannst dich mit deinem Computer aus deinem Jugendzimmer an den erfolgreichsten Unternehmen der Welt beteiligen. Und du landest nicht auf dem Bauch. Und das einzig allein dafür, dass du deiner eigenen Familie, die vielleicht irgendwann kommt, und deiner Herkunftsfamilie, dass du die einfach versorgen kannst. Ich habe überhaupt nicht an Luxus gedacht. Nehme ich da nochmal kurz mit in diesem Moment. Was war das für eine Zeitung? Wie ist die bei dir gelandet? Und was ist in diesem Moment passiert, dass du da eine, weil du hattest ja keine finanzielle Bildung in dem Sinne von deiner Familie? Das heißt, bei mir lag bestimmt auch irgendwann mal eine Finanzzeitung in meiner Kindheit irgendwo. Also ich weiß wahrscheinlich, vielleicht auch nicht. Aber ich weiß nur, mich kennend, ich hätte jetzt nicht diese Schlussfolgerung gezogen. Deswegen ist es für mich so spannend. Was war es bei dir, dass du erkannt hast, da drin liegt gerade irgendwie der Schlüssel, den ich brauchte. Was war das? Naja, die Kombi war halt, dass in dem Moment, wo ich bei uns zu Hause die Finanzen zusammenbrechen sah, lag da eine Zeitung über Geld. Wo die Bokamilie? Tatsächlich, ganz praktisch, wir hatten es mit unserem Nachbarn ein langes, schmales Grundstück und der Nachbar nahm die Post vorne aus dem Briefkasten und packte sie sich, der hatte ein kleines Auto unternehmen, also Autoverkauf und Reparatur, und packte sich die Post unter den Arm und lief den Weg zurück zum Haus. Und ich stand auf unserer Seite des Zaunes und habe ihn mit der Post gesehen und er hatte unterm Arm ganz oben drauf diese Börsenzeitung. Und ich habe gesagt, Rolf, wenn du, was ist das? Und dann sagt er eine Börsenzeitung. Ich habe gesagt, wenn du die ausgelesen hast, würde ich gerne mal reingucken. Ich hatte gerade in der Schule entschieden, ich will das Mathe-Leistungskurs machen, ich konnte ganz gut bezahlen, da war so ein Chart drauf und ich habe in dem Moment nur kombiniert, okay, Aktien und Geld und unterbewusst gab es diesen Schmerz. Und um es richtig zu, also jeder, das auch draußen richtig versteht, es war nicht, dass ich in dem Moment gesagt habe, alles klar, meine Eltern sind pleite, das ist die Börsenzeitung und irgendwann bin ich sehr reich. Ich habe diese Verknüpfung erst später erkannt, dass das einer der Wendepunkte in unserem Leben war und das kennt, glaube ich, jeder, der uns jetzt zuhört, dass wir im Rückblick sagen, guck mal, an der Kreuzung, wenn man an Gott glaubt, vielleicht der liebe Gott oder woran man auch immer glaubt, ich glaube so ein bisschen an Mutter Natur, da hat die mir irgendwie ein Zeichen gegeben, hier könntest du rechts gehen und das wäre vielleicht ganz gut. Und ich frage da gerade so rein, weil ich bin zu tausend Prozent dabei dir, dass es diese Momente in unserem Leben gibt, wo es, ich nenne das so diese Divine Synchronicities, wo irgendwie dieses Göttliche, diese liebevolle Energie uns so einen Spark gibt, so macht es, frag nach der Zeitung, ruf diese Person an. Kannst du dich noch daran, war das so eine Körper, war das einfach dieser Impuls, mach das einfach und dann hast du es einfach gemacht? Ja, also in dem Moment war, diese Zeitung war, ich bin an diesen Briefkasten zurückgegangen, dieses Haus wurde vor ein paar Jahren abgerissen, also unser Elternhaus steht noch, aber das andere Haus wurde, da wurden zwei neue Häuser gebaut und ich habe zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich muss noch mal zu dem Briefkasten gehen. Krass. Und dieser Briefkasten, ich weiß genau, wie das aussah, zwei schwarze Balken, also zwei Balken nach unten und dann so zwei Querlatten und da war dieser dunkle Briefkasten und ich habe ihn fotografiert, weil ich, und das ist ja jetzt, muss man überlegen, ich bin jetzt 45, das ist also ungefähr 30 Jahre her, aber ich hatte noch genau diese Situation, den Briefkasten und meinen Nachbarn Rolf im Kopf und dieses, als wenn mich da etwas hin saugt, wie so ein Magnet, der sagt, jetzt musst du zufassen, jetzt, jetzt, und wie gesagt, noch einmal, erst später in der Deutung so klar, aber dieses, dieses Gefühl, was ich da hatte, war, du hast es gerade göttlich genannt, lass uns darauf einigen, es war eine Art göttliche Verbindung und ich hatte das Gefühl, also wie gesagt, fast wie magisch, das packe ich, da fasse ich jetzt zu. Das ist so spannend, weil ich ja, nur um kurz so ein bisschen Kontext zu geben, warum ich da gerade so reinfrage, weil mich beschäftigt, beschäftigt dieses Thema gerade so enorm, diese Intuition, wenn diese Botschaften kommen von irgendwo her und genau wie du sagst, pack zu, mach das, greif danach, nimm das, ruf da an, öffne die Zeitung und das Spannende ist und das war für mich so gestern so voll der Klick-Moment, wo ich das nochmal verstanden habe, woran man die Intuition so gut erkennt, es gibt keine Erklärung in dem Moment. Es ist nicht, mach das jetzt, damit du irgendwann reich bist, sondern es ist einfach nur, mach das jetzt. Dieses, ich weiß einfach, ich muss das jetzt tun und ich finde, auch alle, die jetzt gerade zuhören, dass es so wichtig ist, wenn das kommt, dann mach es, weil du nicht weißt, wohin es dich führt und ja. Ich kann das mit zwei Zahlen ganz gut unterlegen, die ich gerade vor ein paar Tagen gehört habe, im Radio tatsächlich, da ging es um, weil wir über Intuition sprechen und bewusste Wahrnehmung und man weiß heute jetzt, ich kann die Zahl nicht 100% wiedergeben, aber sehr nah dran, ich glaube, auf der bewussten Wahrnehmungsebene sind es 60 Eindrücke pro Sekunde und ich glaube, auf der unterbewussten sind es 12 Millionen. Jetzt können es auch 10 oder 13 Millionen gewesen sein, aber es waren zwei Zahlen, wo ich gedacht habe, schau mal Philipp, wie kannst du diese Information in Zukunft in deinem Leben nutzen und jetzt die meisten Menschen in der westlichen Welt sind sofort im Intellekt und das andere können wir gar nicht mehr. Jetzt weiß ich, dass du und deine Community auf der anderen Seite viel stärker ist als der Durchschnitt, aber ich habe mich wieder erinnert gefühlt, schau mal Philipp, du fängst jetzt immer am Bauch an zu fühlen oder in deinem Herz und lässt das andere Ding erstmal ganz ausdauern. Weil wenn man sich das vorstellt, 60 und 12 Millionen oder vielleicht auch 50 und 10, aber es war eine unglaubliche Differenz und das ist das Thema im Leben, du kriegst, wir besitzen Führung, die uns unser Körper gibt, wenn wir daraufhören, das zulassen. Ja, absolut. So, Rolf gibt dir die Zeitung. Was passiert jetzt? Das kann ich ganz genau sagen. Ich bin in meinen Jugendzimmer, das war ein paar Tage später, weil er wollte sie erst lesen. Das war ein Börsenmagazin von 16 Seiten, so ein Abo und ich bin in mein Jugendzimmer gegangen, habe diese Zeitung gelesen und habe gedacht, cool, dein Papa geht auf den Bau, hat sich körperlich kaputt geschuftet und du kannst dich an den erfolgreichsten Unternehmen der Welt beteiligen und dein Geld würde sich vermehren. Das war mein Gedanke. Mehr nicht. Mein Gedanke war, alles klar, du kannst es alleine versuchen, aber es gibt Unternehmen, die sind unglaublich erfolgreich und du gibst denen ein bisschen was an Geld und die machen aus dem bisschen mehr. Das war mein jugendlich-kindlicher Gedanke mit 15, 16. Wie hast du dann angefangen? Du hattest dann einen Computer und... Den hatte ich noch gar nicht. Das war die Zeit, wo es losging mit dem PC. Also es gab schon PCs, aber das waren... Also ich weiß, dass wir dann einen bekommen haben, mein Bruder und ich, der relativ teuer sogar war. Mein Vater meinte, das ist die Zukunft. Das fand ich toll, so rückblickend. Dann habe ich ein Depot als Minderjähriger bei der Sparkasse vor Ort eröffnet und habe die ersten Aktien per Telefon gekauft. Das musst du dir so vorstellen, der kleine Philipp ruft bei der Sparkasse an und sagt, hallo, hier ist Philipp Müller, ich würde gerne für 500 Mark SAP-Aktien kaufen und die sind natürlich, das war eine Vermögensverwaltungsabteilung, die die Bankgeschäfte für reiche Menschen macht und da ruft so ein 16-Jähriger, Junge an und will für 500 Mark Aktien kaufen. Und dann, dadurch, dass ich jedoch so jung war und noch so wenig Geld hatte, habe ich meinen Bruder dazu genommen, habe ihm auch die Zeitung gezeigt und dann haben wir immer Positionen zusammen gekauft und haben die ersten Positionen im Depot unserer Eltern als Minderjährige gekauft und du kriegst es drei Tage später per Post ein Schreiben, ob du die Aktie gekauft hast oder nicht. Das war wirklich, das war wie zum Mond, zu Fuß. Crazy. Und heute? Ja, und heute könnte ich da drüben an das Smartphone gehen und in einer Sekunde einen x-beliebig großen Betrag an der Börse platzieren oder wieder runternehmen. Crazy, oder? Das ist also, was da passiert ist, es ist nahezu unvorstellbar, aber auch das ist wieder etwas, diese technische Entwicklung, leiden wir drunter oder sehen wir die Chancen? Und ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, ich habe mir im letzten Jahr ein ökologisches Haus mit meiner Familie gebaut und zwar ökologisch in Form der Erstellung, des Bewohnens und des Abbaus. Also wirklich der ganze Lebenszyklus. Und die Chefin dieses Unternehmens, die hat mich tatsächlich vor ein paar Tagen besucht und hat davon erzählt, von unserer Wohnungsnot, aber eben auch von den Ressourcen, die in diesen Häusern stecken, die man ja bis heute, im Endeffekt kommt die Abrissbirne, entsorgen, neu bauen. Und die haben jetzt einen Ansatzpunkt neben den neu gebauten ökologischen Haus eben auch ganz, ganz intensiv, die haben unter anderem hier auch in Berlin ein Geschoss jetzt oben aufgesetzt auf ein Haus, verschiedene Projekte, dass sie eben ein Haus in der Grundsubstanz stehen lassen und es ökologisch weiterentwickeln. Also Dämmung, Heizung und solche Sachen, Fenster und so. Und das ist im Endeffekt so ähnlich wie bei den Finanzen, dass ich immer sage, hey, wir dürfen Geld weiterentwickeln. Also was bedeutet Geld für mich als Person, aber auch für die Gesellschaft? Wo findet das einen Platz? Wie nutzen wir das? Naja, und das ist halt jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, den Menschen zu versuchen, das halt näher zu bringen. Ich weiß, dass viele Menschen mit Geld Schmerz verbinden. So wie du es in deiner Kindheit erlebt hast, so wie ich es in meiner Kindheit erlebt habe. Dass wir mit Geld verbinden Verlust, Trennung, Angst, Schmerz. Und meine Erfahrung war dann in meinem Leben, dass, solange ich mir diesen emotionalen Schmerz nicht angeguckt habe, den ich mit Geld verbinde, es für mich unmöglich gewesen ist, Geld zu verdienen. Und erst, als ich angefangen habe, diese Verbindung zu erkennen, dass mein Unterbewusstsein gar nicht zulassen wird, dass Geld in mein Leben kommt, weil ich in Wahrheit Angst davor habe und ich das für mich aufgelöst habe, danach sind wie so alle Dämme gebrochen, quasi. Und ich würde da so gerne mal deine Perspektive drauf hören. Wie kann jemand, der jetzt gerade zuhört, der oder die jetzt gerade zuhört und die gerne mehr Geld verdienen wollen würde, aber irgendwie ist da diese Blockade. Wo fängt man an? Wo setzt man an? Wie kann man wieder ein freundlicheres, liebevolleres Verhältnis zu Geld aufbauen? Oder vielleicht erst mal auch ein neutraleres Verhältnis? Vielleicht ist das ja der erste Schritt, um dann zu gucken, okay, und jetzt, wo Geld und ich wieder ein bisschen Buddies sind, wie können wir zusammen mehr erschaffen? Ich würde ganz gerne an einer Stelle anfangen, das ist vielleicht jetzt nicht im ersten Blick sofort typisch, aber du hast es so beschrieben, gerade, dass man vielleicht eine emotionale Verbindung zu Geld hat, Erfahrungen, Erlebnisse, und die sind irgendwo verbunden, verknüpft. Häufig muss man sogar sagen, gar nicht bewusst. Also ich bin ja jetzt in eine sehr starke Schmerzsituation gekommen, deswegen konnte ich relativ klar sagen, okay, naja, ich war 15, mein Papa ist pleite gegangen, da habe ich gespürt, was das bedeutet. Aber viele Menschen haben gar nicht so dieses, ja, diesen Tag oder diesen Moment, wo sie sagen, da ist meine Beziehung zum Geld ins Wasser gefallen. Deswegen würde ich gerne einen anderen Schritt erst mal gehen, um das Thema Geld an sich erst mal zu neutralisieren. Dazu möchte ich aus einem Buch erzählen, Factfulness heißt das, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Das ist ein schwedischer Wissenschaftler, der seit vielen Jahren das Thema Geld auf der Welt analysiert. Und er ist mit der Botschaft rausgegangen und hat gesagt, die meisten Menschen verbinden Dinge mit Geld, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und das kann man, man kann das Buch lesen, aber man kann das auch recherchieren im Netz. Es gibt dazu ganz, ganz viel Datenbestand. Und ich möchte mal so zwei, drei Themen einfach zurufen, weil ich auch weiß, jeder, der zuhört, hat dazu eine Meinung im Kopf. Also eine Frage zum Beispiel, die in dem Buch vorkommt, also ein Faktencheck ist, hat sich die Armut auf dieser Welt in den letzten 20 Jahren verdoppelt? Es sind doppelt so viele Menschen arm. Ist es ungefähr gleich geblieben? Oder hat es sich halbiert? Jetzt kann jeder mal kurz für sich überlegen, verdoppelt, halbiert oder es ungefähr gleich geblieben. Die zweite Sache, die ich als zweiter Faktencheck, ist unsere Lebenserwartung. Und zwar weltweit. Wie hoch ist die Lebenserwartung, wenn man weltweit alles lampst, alles berücksichtigt? Ist sie 50, ist sie 60 oder ist sie 70 Jahre? Willst du mir Antworten geben? Erste Frage. Erste Frage. Armut auf dieser Welt. Halbiert, verdoppelt, gleich geblieben. Also halbiert, also sie ist auf jeden Fall nicht mehr geworden. Okay. Bleiben noch zwei Antworten. Genau. Gleich geblieben, also ich würde sagen, sie hat sich auf jeden Fall reduziert. Das heißt, eigentlich geht nur die dritte Antwort als die richtige Antwort. Da gibt es nur gleich oder halbiert? Genau. Und dann von meiner Logik her müsste es dann halbiert sein, weil ich nicht glaube, dass es gleich geblieben ist, weil ich einfach glaube, dass viele Menschen einfach im Gesamtkonstrukt mehr Wohlstand haben als früher. Einfach allein schon der Tatsache geschuldet, dass es weniger Kriege gibt. Und ja, deswegen, also jetzt, wenn ich es jetzt rein logisch ableiten würde, müsste die Antwort eigentlich sein halbiert. Fände ich aber krass. Okay. Zweite Frage, 50, 60, 70 und dann mache ich einen kleinen Gesamtüberblick zu dem Thema. 50, 60, würde ich sagen 60. Okay, also jetzt wissen auf jeden Fall alle, du konntest dich nicht vorbereiten. Das ist übrigens das, was ich so schön fände, wenn ich irgendwo ein Podcast-Interview gehe. Ich bereite mich nie vor, weil ich es einfach schön finde, dieses offene Gespräch unter Freunden, wenn es jetzt auch noch so eine tolle Beziehung wie bei uns beiden ist. Also die Antwort 1 war richtig. Die Armut auf der Welt hat sich in den letzten 20 Jahren halbiert. Ja, crazy. Jetzt kommt ein Hammer. Wenn du das im Durchschnitt fragst, geben 90% der Menschen an gleich geblieben oder sie hat sich verdoppelt. Also du bist schon sehr, natürlich bist du das, weil ich mit den Themen sehr intensiv, jetzt nicht unbedingt immer Geld, aber du beschäftigst dich sehr intensiv mit persönlicher, mit spiritueller Entwicklung. Ja. Du hast schon einen sehr guten Zugang zu diesen Themen. Lebenserwartung 70. Ist 70. Ist 70. Und jetzt möchte ich diesen Gesamtkontext einmal in wenigen, in wenigen Minuten versuchen zu erklären, weil ich glaube, das ist der erste Schritt. und ich rede noch nicht von der emotionalen Beziehung, da musst du auch ran, jeder muss da ran, aber ich rede von der Faktenbeziehung, von der intellektuellen Beziehung zu Geld. Und wenn man heute auf diese Karte guckt, dann sieht man, das ist tatsächlich eine Perlenschnur. Das heißt, es gibt keine Kluft mehr zwischen Arm und Reich, sondern es gibt Entwicklungsschritte. Und wir können das in unserem eigenen Land sehen. Mein Papa ist 45 geboren. Oh, witzig. Welcher Monat? August. Krass. Mein April. Und er ist mit zwölf Jahren auf die fortführende Schule acht Kilometer zu Fuß gelaufen, im Winter mit kurzer Hose, weil die sich keine Schuhe und keine lange Hose erlauben konnten. Sein erstes Fahrrad hat er sich mit 15 gekauft von eigenem verdientem Geld. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass so auf dieser Erde gerade noch ganz viele Menschen leben. Aber in 50 Jahren oder in 60 Jahren sind wir als Land auf dieser Perlenschnur vorwärts marschiert. Dann weiß man, in welcher Bewegung die Erde ist. Und jetzt in Zahlen. 80 Prozent aller Kinder weltweit besuchen eine Grundschule. Das hätte ich niemals geglaubt. Niemals. Es gibt immer noch Kinder, die nicht zur Schule gehen, ja. Aber über 80 Prozent der Mädchen und fast 90 Prozent der Jungs besuchen die Grundschule. Und es gibt einen Eins-zu-eins-Zusammenhang zwischen es kommt Geld in das Land und es geht den Menschen besser. Zugang zu Wasser, Zugang zu Strom, Zugang zu Bildung. Das Bildungsthema würde ich gerne einmal aufgreifen, weil das so krass klar ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber wir wurden überhaupt mit den Informationen nie versorgt. Dann kommen da Punkte zu, wie Zugang zur Bildung, Sicherheit, frisches Wasser. Alleine wie viele Kinder auf der Welt versterben, weil das Wasser verunreinigt ist. Oder der Geburtsprozess, nicht unter hygienischen Bedingungen. Verhütungsmittel. Und so gibt es eine ganze Kette. Und dazu gehört eben Verhütung, Bildung, Zugang zu medizinischer Versorgung, vielleicht auch in einigen Regionen eine gewisse Grundimpfung. Ich weiß, man kann Impfen heiß diskutieren, aber vielleicht eine Malaria-Prophylaxe ist vielleicht sinnvoll. Also so kann man einen ganzen Blumenstrauß sehen und man kann erkennen, in die Länder, wo das Geld fließt, geht es statistisch den Menschen immer besser. Und wenn ich das, jetzt kommen wir zurück zum Ausgangspunkt, wenn ich das jetzt mal für Geld akzeptiere, und wie gesagt, du kannst im Internet mal gucken, diese Zahlen sind öffentlich, dann fängst du vielleicht erst mal an, wenn du dich damit nie beschäftigt hast. Und ich kann sagen, ich habe dieses Buch vor ein paar Monaten gelesen. Und es ist gefühlt so, als wenn das das Puzzleteil war, was mir fehlte. Krass. Weil wir arbeiten in unserer Ausbildung schon sehr intensiv an dieser emotionalen Thematik, was ich mit Geld verknüpfe. Wir haben immer sehr intensiv an dem Thema des Warums, also wo will ich hin im Leben, was bedeutet Geld für mich, was sind meine Ziele gearbeitet. Eigentlich ziemlich außergewöhnlich in einer Finanzausbildung. Aber dieser Baustein, was Geld im tiefsten Sinne für die Welt, und zwar ohne, dass du sagst, was Geld für dich ist. Also ist es eine Möglichkeit, um ein Kinderkrankenhaus zu bauen, eine Schule zu bauen, oder ich sage es jetzt mal ein bisschen flott, einen fetten Ferrari sich vor die Tür zu stellen, das ist deine persönliche Entscheidung. Aber wenn du anhand dieser Fakten erkennst, dass egal, was du aus dem Geld machst, es erstmal bedeutet, dass Frauen weniger Kinder bekommen, wo sie zu viele bekommen haben bisher, dass die Kinder überleben, dass die Frauen Zugang zur Bildung haben, dass die Frauen wissen, sie können verhüten und sie haben auch die Möglichkeit, Verhütungsmittel zu bekommen. Dann habe ich für mich erkannt, das ist eine interessante Kette. Und ich habe dann an meinen Papa gedacht, denn der hat von Level 1 barfuß im Winter zur Schule nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute Level 4, so teilt er das in diesem Buch auf, hat er in 60 Jahren alles durchlebt. Und wenn man jetzt weiß, dass sich die Armut halbiert hat in 20 Jahren und man würde das jetzt mal 10, 20, 30 Jahre weiterschreiben, dann kann man sich mal überlegen, plus medizinischer und technischer Fortschritt, plus das Thema Bewusstsein, da bist du das perfekte Beispiel für. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte niemand geglaubt, dass eine sympathische, attraktive junge Frau über das Thema Geist, Mindset und Spiritualität Menschenmengen erreicht wie ein Fernsehsender. Das heißt, wenn das Bewusstsein in unserer Gruppe als Menschen noch dazukommt, dann sehe ich auf einmal nicht mehr schwarz, sondern dann sehe ich zumindest Sonne, dass es eine Zukunft gibt und dass wir Geld in die richtigen Bahnen lenken und es für die richtigen Dinge nutzen. Absolut. Das heißt, der erste Schritt, um das eigene Verhältnis zu Geld zu verändern, ist den größeren Kontext von Geld zu verstehen und eben jetzt salopp gesagt, ist eben nicht mehr als den Ursprung allen Übels zu sehen, sondern eher den Ursprung für Fortschritt, den Ursprung für Gesundheit, für Entwicklung letztlich und Freiheit auf unterschiedlichen Ebenen. Okay. Angenommen, alle, die zuhören, sind so, okay, geil, okay, stimmt, gut, kann man jetzt viel mitmachen, das auch erstmal im Gesamtkontext zu sehen, wo sich die Erde da gerade hin entwickelt oder die Menschheit und wenn jemand jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht, sagen wir mal, Kindergärtner, 38 Jahre alt, verdiene, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich, ich denke mal, die 1,8 bis 2,3 schätze ich jetzt mal, wird jemand verdienen im Kindergarten, ich weiß es nicht genau, aber netto, oder, was würdest du sagen, ungefähr, ne, viel zu wenig natürlich, aber jetzt, wenn wir jetzt einfach mal den Status quo angucken, wo fängt jemand an mit so einem finanziellen Rahmen, wo dann auch vielleicht schon mal, Hälfte geht weg für Miete, lass uns sagen, es sind noch 80 Euro übrig im Monat, wo setzt diese Person an, um für sich Vermögen aufzubauen? Tatsächlich ist das erstmal sehr praktisch, dass man sich einen Überblick verschafft, wo kommt Geld her, im Zweifel bei jetzt angestellten Kindergärtnerinnen ist das eine Stelle, man kann sich, und das ist auch etwas, wenn Menschen wenig verdienen, auch mal damit beschäftigen, wo der Staat, wo gibt es Zuschüsse, die ich mir erstmal holen kann, weil ich finde, das ist verdient, wenn du gesellschaftlich zu wenig verdienst, und dann ist der nächste Schritt, was ich gerade beschrieben habe, diesen Frieden schließen mit dem Geld intellektuell, und dann kommt aus meiner Sicht der dritte Schritt, und das ist die Verknüpfung des Geldes mit einem persönlichen Ziel, und das ist nicht die Villa oder der Luxusschlitten, wo vielleicht auch eine Kindergärtner mit dem Einkommen gar nicht drüber nachdenkt, aber vielleicht, wie wäre es, wenn ich einen halben Tag in der Woche frei hätte und Zeit für meine beiden Kinder, das ist so eine Geschichte aus meiner Akademie, die ich jetzt viele hunderte Mal gelesen habe, dass eine Mama oder ein Papa sagt, ich mache jetzt einen Tag in der Woche oder einen halben Tag frei, und da ist Me-Time oder da ist Family-Time, das heißt, was bedeutet Geld, weil auch das ist wieder so eine Prägungsthematik, wenn wir das medial sehen, naja, was lesen wir in den Medien über Geld, wir lesen die Exzesse von Menschen, Entschuldigung, für den Ausdruck, die ihren kleinen Penis verlängern mit ihrem Vermögen, so, und deswegen sage ich, dieser intellektuelle Frieden ist das Erste, und das Zweite ist, was bedeutet Geld für mich, und tatsächlich, bei mir war es so, und da sieht man auch die Kraft, die da drinnen steckt, ich meine, mein Papa war Maurer, ich sehe nicht besonders attraktiv aus, ich Lispel, ich habe keine Ausbildung abgeschlossen, und keinen Studienabschluss, ich sage es heute manchmal noch in Gesprächen, in Interviews, ich habe Abitur und Führerschein, aber wie mächtig die Entscheidung ist, Geld mit der richtigen Sache zu verbinden, zeigt mein Leben zu 100%, denn ich habe es damit verbunden, dass ich für meine Familie Sicherheit schaffe, egal was da draußen passiert, und das hat mich so weit auf diesem Weg getragen, dass ich immer mir, ich habe ja schon früher die Kinder vorgestellt, also meine Kinder, die ich versorgen kann, ich habe zu Hause eine, man schmunzelt vielleicht jetzt drüber, 80er Jahre Persönlichkeitsentwicklungsseminar, hätte ich jetzt fast scherzhaft gesagt, ich habe mir zu Hause wirklich so eine Traumwand gemacht, ein Vision Board habe ich ja auch, ein Vision Board, und habe das da alles drauf gebappt, und jetzt kommt der Oberhammer, als wir vor einem Jahr in unser neues Haus gezogen sind, habe ich das Ding mit meiner Ehefrau auf dem Dachboden gefunden, und wir standen mit dieser Magnetwand auf blauer Folie, also blaues DIN A4 Blatt, aufgeklebt, Bilder aus Magazinen und ein paar Internetbilder, weil es ja in den 90er Jahren noch nicht so eine Bilderlandschaft im Netz gab, und wir beiden standen auf dem Dachboden und haben so geweint vor Freude, ich sage, guck mal, ich habe mir zwei Kinder gewünscht, wir haben zwei Jungs, ich habe mir eine Ehefrau gewünscht, ich habe mir ein Haus im Grün gewünscht, ich habe mir gesunde, natürliche Ernährung, und das war in den 90er Jahren jetzt für viele nicht so ein typisches Thema, ich habe da Obst und Gemüse und Regional und Früchte im Bauernhof habe ich da abgebildet, ich habe einen Flügel, ich spielte Klavier, spiele ich immer noch, ich habe heute so und so habe ich mir diese ganzen Dinge auf diese Wand getan und das Größte war dieser Sicherheitsaspekt, deswegen hatte ich einen Kontohauszug, auf dem draufsteht, meine Familie ist versorgt und jetzt sehe ich heute, wo es mich hingetragen hat und was es für mich bedeutet hat, wie mächtig diese Entscheidung war, das Geld mit den richtigen Dingen zu verknüpfen und das, was da draußen dir über Geld erzählt wird, einfach nicht mehr an dich ranzulassen. Das sieht man heute, und das ist unglaublich mächtig. Erzähl mir von deinem Unternehmen. Was machst du in deinem Unternehmen? Was machst du vielleicht auch anders als Unternehmer, als andere Unternehmer? Weil du hast ein unfassbar erfolgreiches Unternehmen, also du hast mehrere Unternehmen aufgebaut und das, wo deins jetzt, wo du dein ganzes Herz gerade reinsteckst, ist wahnsinnig erfolgreich. Du hast einen unfassbaren Impact in so vielen Menschenleben zum Thema Finanzen und Geld. Was bedeutet für dich dein Unternehmen? Was wären unternehmerisch, vielleicht, weil ich bin ja, ich führe mein Unternehmen ja auch auf eine sehr spirituelle Art und das machen wir, glaube ich, ähnlich. Was würdest du sagen, sind vielleicht spirituelle Aspekte, die du in dein Unternehmen reinfließen lässt? Und ja, was bedeutet für dich, dieses Unternehmen geschaffen zu haben und den Impact, den es heute hat? Vielleicht darf ich dann klein wenig ausholen, weil ich vorhin sagte, es war so besonders dieses Jahr durch diesen sehr schweren Unfall, den ich hatte, der so ein bisschen die Lebenszeit auf Pause gedrückt hat, darüber nachzudenken, wie schnell es dann zu Ende sein kann. Und nachdem ich dann zurück in die Firma kam, hatte ich, ich lag einen Monat intensiv und normales Krankenhaus, habe mich dann mit einem Privatjet im Liegen nach Hause fliegen lassen, weil ich nicht in ein Auto steigen konnte, so schlecht ging es mir noch. Meine Frau hat mich dann zwei Monate zu Hause gepflegt, ich konnte nicht duschen, ich konnte mir keine Socken anziehen, keine Boxershorts, ich konnte gar nichts. Und dann habe ich nach drei Monaten zu meiner Frau gesagt, ich muss zu meiner zweiten Familie, also 25 Mitarbeiter in der Akademie, kannst du mir einen Gefallen tun, ich schaffe es noch nicht, 25 Personen in den Arm zu nehmen und ich kann noch nicht mal 25 Personen die Geschichte jetzt nochmal erzählen. Fährst du mich auf einem Sonntagmittag ins Büro? Und dann hatte ich mich, jetzt kommen mir die Tränen, die hat mich auf dem Sonntagmittag ins Büro gefahren und ich habe die acht Kilometer fast vor Schmerzen nicht getragen. Bei Rippenbrüche, wenn das hier alles, mein ganzer Brustkorb war zerfetzt, das ist so brutal schmerzhaft. Und ich komme in das Büro rein und da sitzen drei Personen an einem Sonntagmittag und wir haben alle vier nur gehört. Ich konnte minutenlang gar nicht mit ihnen reden. Und dann war sechs Monate oder vier Monate später war das zehnjährige Jubiläum und mein Team hat mich so überrascht, hat Wegbegleiter interviewt, hat eine Person aus dem ersten Seminar von vor zehn Jahren interviewt, hat dann auch wirklich unglaublich erfolgreiche Menschen, die mit uns irgendwie mal zusammengearbeitet haben, zum Beispiel Tobi Beck, den du auch sehr gut kennst, der hat ein Grußwort in die Videokamera gesprochen und in dem Moment wurde mir klar, dass es überhaupt gar nicht ums Unternehmen geht, sondern ich habe mit 33 mein letztes operatives Unternehmen verkauft und hatte wirklich gedacht, jetzt lebst du dieses Leben, von dem ich geträumt habe, weil ich ja diesen Schmerz hatte, jetzt wusste ich, okay, das kann ich selber und meine Kinder und Kindeskinder über Generationen, das Geld können wir nicht mehr ausgeben und meine Frau hat gesagt, du wirst alt und fett, such dir ein Hobby, also sie hat es netter gesagt, aber inhaltlich hat sie es so gesagt und ich habe diese Firma gegründet, wie es eine Firma ist und jetzt nach zehn Jahren habe ich gemerkt, das hat überhaupt gar nichts mit Firma zu tun, sondern ich habe für mich gemerkt, dass ich Menschen in mein Team aufgenommen habe, die meiner Vision folgen, dass jede Person in diesem Land Zugang zur Geldbildung bekommt, weil damit würde sich aus meiner Sicht fast alles verändern, weil wir würden, das ist fast wie eine Form von Kommunismus, wir würden das Geld neu verteilen und ich weiß, dass der Laie manchmal denkt, naja, diese Superreichen und diese Vermögensverwalter und wie sie alle heißen, aber die haben ganz viel Geld von uns, weil wir als Durchschnittsbürger in Lebens-, in Rentenversicherungen, in Vermögensverwaltungen das ganze Geld abgeben und uns im Nachhinein sogar beschweren, dass die noch nicht mal ethisch, moralisch das Geld anlegen, aber wir geben ja denen den Auftrag, so viel Geld aus meinem Geld zu machen, wie irgendwie möglich und bei mir ist der Gedanke groß geworden in den letzten zehn Jahren, wir holen uns diese Macht im ganz positiven Sinne zurück, das heißt, wir beginnen in der Schule Geldbildung in den Unterricht zu nehmen, was in der westlichen Welt unverzichtbar ist und dann beginnen Kinder mit 18, 19, 20 Jahren, sich an diesem Spiel als echter Spielpartner zu beteiligen und damit würde folgendes in der Kurzzusammenfassung passieren, erstens, das Geld würde wieder gerecht verteilt werden, zweitens, jeder Mensch hätte ein lebenswertes Leben, also was ihm auch zusteht aus meinem Verständnis, vielleicht eine kleine Wohnung oder ein kleines Haus im Grünen, dass seine Kinder in den Kita, in den Kindergarten, Schule, Ernährung, Bildung, dass das alles vorhanden ist und zwar ohne Stress und im letzten Schritt würden wir uns unsere Unternehmen wieder zurückholen, weil das ist für mich die nächste total verrückte Sache, ich bin heute mit der Bahn hier nach Berlin gekommen, dafür brauchen wir Strom, dein Haus ist beheizt, im Moment vielleicht noch nicht, weil wir noch vor dem Winter sind, aber hier läuft der Strom, hier läuft die Heizung, Lebensmittel, wir nehmen an diesem Leben teil, aber wir sind nicht beteiligt an den Erfolgen dieser Unternehmen und ganz wichtig, weil ich deine Community ja ein wenig kenne, es geht mir nicht um diese großen Börsenunternehmen, es geht mir darum, dass wir, wenn wir selber wieder die Aktionäre wären, dann würden wir beide zu einer Hauptversammlung gehen und würden sagen, ja wissen Sie was, Herr Vorstand, also wir brauchen jetzt als erstes mal sozial gerechte Gelder, wir hätten als erstes gerne mal eine Unternehmensvision, die auf Ethik, Moral und Spiritualität fußt, als nächstes hätten wir gerne ökologisch hochwertige Produktionen, wir möchten nicht Menschen, Natur oder sonst was ausbeuten oder im Meer die Tiere, sondern wir hätten gerne Produktionsstandards, die der Umwelt verträglich sind und das ist so der Gedanke, den die Akademie jetzt trägt, also wir verknüpfen die klassische Geldbildung mit Ethik, mit Moral, mit persönlicher Entwicklung, um das große Ganze zu sehen, eben auch, wenn ich erkläre, was ist der Wert für mich von Geld, was bedeutet Geld, also wir, es ist mehr aufklären, als dass wir das unternehmerisch leben. Und ein Tool ja bei dir im Unternehmen oder das Tool ist ja tatsächlich die Börse. Ja. Und ich glaube auch für viele, wahrscheinlich tatsächlich auch Frauen, ist die Börse was, wo man denkt so, ne, wo man dieses Bild hat von Männern, die irgendwie rumschreien und irgendwie, ne, so dieses, irgendwelche Zettel in die Luft schwerfen und, mit drei Telefonen, genau, kaufen, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Kannst du kurz erklären, was ist die Börse? Also was ist sie wirklich ganz sachlich betrachtet und inwiefern bringst du den Leuten bei, die Börse zu nutzen, um selber Vermögen aufzubauen? Du hast es ja immer schon gesagt, ne, sich einfach an diesen Unternehmen zu beteiligen, aber vielleicht kannst du es nochmal ein bisschen mehr erklären für alle, die, weil ich finde mit Geld, ich glaube, das ist jetzt angekommen, eigentlich voll die gute Sache. Ich könnte mir aber vorstellen, dass bei Börse auch noch ein Widerstand da ist. Kann man dem überhaupt vertrauen und Risiko und so weiter? Vielleicht kannst du da nochmal kurz drauf eingehen. In der ganz einfachen Version ist Börse im Prinzip ein Handelsplatz für Unternehmensanteile. Und mein Traum ist zum Beispiel unsere Akademie irgendwann an die Börse zu bringen, damit die Menschen, die bei uns lernen, sich auch an unserem Unternehmen beteiligen können. Das wäre der konsequente Schluss am Ende. Und so muss man sich es eigentlich vorstellen, ich biete Menschen die Chance, sich an Unternehmen zu beteiligen und an der Börse sozusagen einen Anteil auch von Lauras Unternehmen oder von meinem Unternehmen. Was muss man denn machen als Unternehmen, um an der Börse gelistet zu werden? Naja, also erstmal brauchst du eine gewisse Größe, weil sonst hat keiner Interesse, dich an die Börse zu bringen. Und das war es eigentlich fast. Dann brauchst du eine Bank, die dich begleitet. Was heißt Größe? Eine Umsatzgröße, so und so viele Millionen Umsatz. Das ist auch sehr unterschiedlich, in welchem Segment du sein möchtest. Aber du brauchst im Prinzip eine gewisse Unternehmensgröße und dann kannst du halt an die Börse gehen. Okay, schon. Und das ist erstmal Börse. Börse ist ein Handelsplatz für Unternehmensanteile. So wie du auf Ebay gehst und gebrauchte Kleidung oder Schuhe oder Spielzeug verkaufst, werden dort Anteile gehandelt. Und Risiko zum Beispiel, ist ganz interessant, gibt es da gar nicht. Weil in dem Moment, wo ich in meinem Depot auf den Knopf drücke und Geld losschicke, überprüft meine Bank, dass ich das Geld habe. und ich kaufe eine Aktie, also verkauft mir jemand eine Aktie und die Bank da drüben überprüft, ob der die Aktie hat. Und nur wenn auf beiden Seiten eine grüne Lampe gibt, geht die Bewegung vonstatten. Und ich glaube, der nächste Aspekt, den die Menschen verstehen dürfen bei Börse ist, dass ich mir mein Unternehmen aussuchen kann. Wir haben bei uns in der Community ja so regionalen und Trainingsgruppen in den Städten und es gibt unter anderem so Green Stocks. Es gibt eine Rentnerband. Es gibt eine Teensband. Das sind also ganz junge Menschen. Und es gibt eben auch immer mehr Gruppen, die haben für sich ethisch, moralisch und ökologisch Standards festgelegt. Und wir verbinden ja immer erstmal mit Börse wieder diese großen Haie da draußen, die wir alle kennen. Aber auch da ist es so ähnlich wie bei der Geldbedeutung insgesamt. Es gibt heute als Beispiel eine Bank in Indien, die Menschen auf dem untersten Level für wenige Dollars den Mikrokredit gibt. Oder überhaupt Zugang zu einem Bankkonto. Und so könnte ich jetzt, wenn wir zwei Stunden einen Podcast machen würden, könnte ich dir sagen, von Energie über Lebensmittel über, ich kann jetzt 50 und dann ehemalig aufzählen, wo auch deine Community sagt, okay, wenn ich in so ein Unternehmen investieren könnte, wäre ich dabei. Ja, ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt nicht viel investiert, aber ich habe vor drei Jahren mal angefangen, so ein bisschen mich damit zu beschäftigen und will, für mich ist das auch so ein Thema, ich will das auf jeden Fall auch mehr lernen, weil ich glaube, auch für meine Kinder, ich finde das so wichtig. Ich habe zum Beispiel in ETFs investiert, investiert, die nur nachhaltig, ökologisch, also du kannst dir richtige ETF-Fonds quasi suchen, wo du ganz klar sagst, ich will, dass die absolut nachhaltig, sustainable, ökologisch etc. sind und natürlich hast du da eine geringere Return on Invest, wie sagt man das in Aktien? Die Rendite ist manchmal niedriger, stimmt aber auch nicht immer, stimmt auch nicht. Genau, langfristig vielleicht, mal gucken, aber trotzdem ist es, finde ich, und das war zum Beispiel, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ich habe zum Beispiel in eine Firma investiert, die stellen richtig gutes, veganes, vegane Ersatzprodukte her und das war für mich, ich habe da gar nicht so sehr rein investiert, weil ich denke, ich will da jetzt den fetten Profit mitmachen, sondern ich habe da rein investiert, weil ich finde, es ist ja auch ein Statement, dass ich sage, ich unterstütze ja mit meiner Aktie das Geld für diese Firma, damit die weiter wachsen kann und ich finde, das ist auch voll geil, Aktien halt so zu sehen, du gibst einer Firma, die du unterstützen möchtest, Kapital, damit die wachsen kann und mehr davon tun kann und du kannst entscheiden, ob du dein Geld halt irgendwie an eine, keine Ahnung, eine Zucker Company gibst, ich nenne dir jetzt mal keine Namen oder halt an was, was wirklich irgendwie nachhaltig einen Unterschied macht, also das ist ja, du shapest damit ja die Wirtschaft. Genau und jetzt stell dir vor, wir würden dieses Spiel und ich weiß, es wird noch ein paar Jahre dauern, aber wir würden dieses Spiel zu Ende spielen, unsere Kinder in unserem Land bekommen die Bildung in der Schule, dann fangen sie an mit 18 oder 20 zu investieren, kombiniert mit persönlich, ethisch, sozialer, moralischer Verantwortung, dann würden auf einmal andere Unternehmen, denen wird das Geld ausgehen, beziehungsweise wir merken das ja auch schon in der Produktwelt, also ich bin noch so groß geworden, da hat man, ich nenne jetzt auch keinen Namen, diese Produkte dieser Unternehmen alle gekauft und verzehrt und ich stehe mittlerweile seit vielen, vielen Jahren in zwei Bio-Supermärkten beziehungsweise in zwei, drei Hofläden am Stadtrand von Hamburg im Regional- und Bio-Konzept, ich esse auch ab und zu mal Fleisch oder Fisch, aber das kommt von einem Hof, wo eine Kuh auf einer Weide große Fläche hat und artgerecht gehalten und geschlachtet wird, bis zum, es wird betäubt, bevor sie getötet wird und wenn man das mal zu Ende denkt, dass Menschen eben es nicht mehr egal ist, erstens was Geld ist und zweitens was wir damit tun und es uns nicht mehr egal ist, dass wir das in irgendein Finanzprodukt tun, wo angeblich irgendeine Rendite rausgeht, sondern dass ich wissen möchte, was mit diesem Geld passiert, welche Unternehmen in welcher Region, in welcher Branche, in welchem Land unterstützt werden, dann finde ich, gibt das uns aus dieser Blackbox auf einmal so eine Lampe, die da rein strahlt und du das Gefühl hast, cool, guck mal, hier kann ich was für Ernährung tun, hier kann ich was für das Meer tun, hier kann ich was tun für den Platz von Tieren, übrigens dazu noch aus dem Buch, die wird dir gefallen, eine Megastatistik, Naturschutzflächen aus der Erde sind von 1970 bis heute aus 14% angewachsen, in den 70er Jahren nahezu nichts, 86.000 Tiere stehen unter Naturschutz, die höchste Zahl aller Zeit und so gibt es halt ganz viele Fakten, die total gut tun, da muss man halt auch dazu sagen, die müssen alle unter Naturschutz stehen, weil natürlich der Lebensraum immer mehr begrenzt wird von den Tieren, also das ist ja mit Statistik immer, muss man immer beide sein, aber das Wichtige ist ja erstmal, dass wir das Bewusstsein haben, ja auf jeden Fall, so und wenn ich dann in der Kombination, das habe ich die beiden Zahlen zusammen genannt, wenn ich lese, dass 14,5% der Erdfläche mittlerweile unter Landschafts- oder Naturschutz stehen, dann ist es eine Zahl, die hätte ich vorher nie geglaubt, ich hätte eher 1% geglaubt, so und das sehen wir, wenn wir gemeinsam, und das ist ja auch so eine Frage von fühle ich mich ohnmächtig, oder im positiven Sinne mächtig, der Gestalter meines Lebens und meiner Entscheidung zu sein und dazu gehört, glaube ich, in der westlichen Welt das Geldthema ein Stück weit dazu. Absolut, absolut und ich wünsche mir auch so für alle, die zuhören, dass einfach so ein Gefühl mitgenommen wird zu Geld, dass es eine Möglichkeit ist, diese Welt mitzugestalten, das ist einfach, es ist, für mich ist Geld wie, wenn man sich die Farben anguckt, Geld ist weiß und es nimmt ja immer die Farbe an, also Geld verstärkt das, was da ist, ich glaube, so kann man es ganz gut sagen, Geld vermehrt das, was da ist und wenn du ein Arsch bist und Geld hast, wirst du damit Arschsachen machen und wenn du jemand bist, der oder die die Welt verändern will und du bekommst Geld, wirst du damit die Welt verändern, weil Geld den Kanal durch dich nutzt, um das zu vermehren, was in dir da ist und ich finde, es ist so ein Geschenk, was man sich selber machen kann, sich zu bilden, was das Thema angeht und nicht sich selber den eigenen, wie sagt man, das eigene Loch zu buddeln, aufgrund der Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat, sondern heute zu entscheiden und zu sagen, ich möchte mich neu mit diesem Thema auseinandersetzen und ich möchte was darüber lernen und ich will mir zumindest die Chance geben, auch jetzt ganz spirituell gesprochen, meine gesamte Ahnenreihe da einmal rückwirkend zu transformieren und all diesen Schmerz, der ja bei so vielen Familien über Ahnen hinweg ist, Traumata, die mit Geld verbunden sind, das zu heilen und das ist jetzt ja der Raum, die Zeit, wo es möglich ist. Und total ohne Risiko, wenn man einfach vielleicht heute den Entschluss nach dieser Podcast-Folge fässt und sagt, hey, das sind ein paar interessante Aspekte, es geht ja gar nicht darum, dass heute jemand nach so einem Podcast-Gespräch sagt, Gott, bin ich doof. Nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Es geht vielmehr darum zu sagen, hey, was wäre eigentlich, wenn ich diesem Thema ein bisschen aufgeschlossener gegenüberstehe? Ja. Ich vielleicht mal so diese Zahlen mir angucke, Menschen, die älter werden, Umweltschutz, medizinische Versorgung und so weiter, also so eine Einladung. Und der zweite Gedanke ist, wir bestrafen uns selbst am meisten. Ja. Weil wenn ich heute mein Leben sehe, die Zeit, ich arbeite halbtags im Schnitt, zehn, zwölf Wochen im Jahr Urlaub mit der Familie, manchmal gar nicht weit weg, aber Zeit zusammen, ökologische Ernährung, biologisch, regional, aus der Region, ein Haus, in dem es keine Chemie gibt. Kannst du dir vorstellen, es gibt bei mir keinen Silikon, keine künstlichen Dämmstoffe. Ich lebe in einem kompletten Ökohaus mit Wärmepumpe, mit PV-Anlage und so kann man eine ganze Kette von Dingen, habe ich gerade gestern mit der Dame auch drüber gesprochen, ich sage, ökologisches Haus bauen ist in Deutschland noch zu teuer. Da bist du dran. Es muss so sein, dass jeder Mensch die Chance hat, in einer ökologisch wertvollen Wohnung zu leben, ohne diese ganze Bauchemie um dich rum. Ja. Auch dieses Bewusstsein. Und wenn wir das heute vielleicht mitnehmen, dass wir sagen, okay, das ist vielleicht eine Idee, ich gucke da mal drauf, ich verurteile das nicht, ich bin jetzt auch kein Fan, null meine Erwartung, aber ich nehme mal meine Lupe in die Hand und ich gucke mal nach drei, vier Fakten, vielleicht würde ich dann Geld ein bisschen cooler finden als vorher. Ja. Das wäre vielleicht so ein Ding, wo ich sagen würde, hey, dann hat sich das total gelohnt, unser Gespräch zu hören und mal in dieses Thema neu reinzutauchen. Ja, das Intelligenteste, was wir als Menschen tun können, ist uns selbst aus dem Weg zu gehen. Ja, und es ist, weißt du, diese Macht, die im positiven Sinne entsteht, dieses, was ich erzählt habe, dieser zehnte Geburtstag von unserer Akademie, ich habe an dem Tag das zweite Mal den Gedanken gehabt von der Intensivstation, da habe ich nämlich gelegen und nachdem die Ärztin zu mir gesagt hat, sie sind der, von der Schippe gesprungen im Tod, habe ich gedacht, wow, 5,46 Jahre und von heute auf morgen Schluss. Was sind die Dinge, die ich meinen Kindern noch mitgeben muss? Die sind 11 und 13, ich kann ihnen noch nicht alles mitgeben, aber ich habe für mich gedacht, was sind die Dinge, die ich über Familie, Partnerschaft und Beziehung, glücklich sein, Sinn im Leben, moralische, ethische Werte, ökologische Verantwortung, sozial, was muss ich ihnen mitgeben? Und am zweiten Tag kam das Thema Geld in meinen Kopf, weil ich für mich gesagt habe, ja, klar kann ich sagen, die erben irgendwann alles und die bräuchten ja nie arbeiten, aber so ticke ich gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass meine Kinder das, also erstmal wissen die gar nicht, wie vermögend ich bin, aber sie wissen natürlich schon, dass wir mehr haben als andere, aber ich möchte gar nicht, dass sie sich darauf ausruhen, weil ich möchte, dass sie selber diese persönliche Entwicklung machen. Und diesen Gedanken habe ich dann an dem zehnten Geburtstag der Akademie mit meinem Team besprochen, habe gesagt, wisst ihr was, ich habe gerade das Gefühl, jetzt kommt die Zeit des Zurückgebens, noch stärker als bisher. Und ich möchte so gerne einen Tag machen, wo ich den Menschen einfach die Chance gebe, wo ich meine Zeit schenke, ich kann mich an das Thema herantrauen. Also auch wenn ich es doof finde, auch wenn es tausend Gründe gibt, dass ich damit nicht Frieden schließe und dass es bei mir anders sein wird, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss einen Tag machen, wo ich den Menschen das, diese Möglichkeit gebe, da reinzuschnuppern, ohne Kurse zu kaufen oder ich muss Bücher lesen oder nur einen Tag Zeit, die sie mir schenken müssen. Und der Gedanke wächst jetzt gerade bei uns. Wann ist der Tag? Das wird im Dezember sein, jetzt muss ich lügen, ich glaube, es ist der zehntesten Sonntag, 10.12. Und ich habe zu meinem Team gesagt, wir wollen Minimum 10.000 Menschen an dem Tag, es wird ein Online-Event sein, an einem Tag, die Schatzkiste unserer Akademie, das, wo ich sage, wenn ich jetzt noch durch diese Intensivstationen-Erfahrung, ich habe jetzt noch einen Tag Zeit, was müsste ich jetzt an diesem Tag, jetzt unter dem Aspekt natürlich finanzen, muss ich meinen Kindern beibringen? Wow. Das werde ich an diesem Tag for free machen. Die Leute können sich einloggen von überall auf der Welt, wenn sie Deutsch sprechen, um einen Tag mit uns dieses Thema vertieft zu lernen und einen Startschuss zu haben. Okay, jetzt habe ich einen konkreten Plan, hier laufe ich los, und das ist meine Zielrichtung. Wow. Okay, wir werden auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes packen, also für alle, die da am 10.12. dabei sein wollen und über Geld lernen wollen. Und kann man da seine Kinder mitnehmen? Ich würde mal so sagen, ab 13.14. ist das super möglich. Mega. Okay. 10.12. Wenn wir noch eine Minute haben, würde ich gerne noch mein Erlebnis teilen von dem großen Festival im Sommer. Klar. Ich glaube, das hast du ein bisschen mitbekommen, was wir da gemacht haben. Ja. Denn mein Kernsatz ist ja, Persönlichkeit führt, Geld folgt. Und wir haben uns in Köln in der Lanxess-Arena vor 15.000 Menschen überlegt, welche Verantwortung übernehmen Menschen mit dem Thema Geld? Und wir haben uns als Akademie überlegt, wir verschenken an dem Tag im Raum 50.000 Euro. 1.050 Euro Schein. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, das Geld für sich zu nutzen oder etwas Gutes zu tun. Und ich habe vorher in meinem Team knapp 30 Leute gefragt, wie viel von den 50.000 kommt zurück? Und bis auf Fabian, der die Idee hatte, aus meinem Marketing-Team, haben alle gesagt, wenig. Also die sind zwar erst mal motiviert, euphorisch, aber dann der Tag läuft, mehr Vorträge, dann Essen, dann Trinken, dann Reden und die vergessen das. Wir haben morgens um 11 50.000 Euro verschenkt und bis 15 Uhr kam 104.000 Euro zurück. Wow. Und diese 104.000 haben wir dann sogar als Akademie noch verdoppelt für den Bau von Brunnen in Afrika über Viva Con Agua. Aber ich finde, das war eine tolle Botschaft und deswegen habe ich gedacht, ich teile die vielleicht so zu Ende unseres Gesprächs nochmal. Denn ich habe das erste Mal und zwar statistisch nachgewiesen, weil 1.000 Menschen sind genug. Ich habe das erste Mal gesehen, dass wenn du Menschen etwas gibst und sie in die Verantwortung nimmst, dass Menschen etwas Gutes tun. Und daran habe ich häufig nicht geglaubt, weil ich sehe in den Medien immer diese Nachrichten, die kennen wir alle. Aber an dem Tag habe ich abends im Bett gelegen und habe gedacht, schau mal, nicht nur die 1.000, die 50 Euro bekommen haben, sondern es waren insgesamt 2.500 Menschen bei uns am Stand. Wir haben fast das Festival gecrasht. Wir haben auch im Nachhinein sogar Ärger gekriegt. Aber wir konnten jetzt ja gar nicht ahnen, was da passiert. Es war abgestimmt mit dem Veranstalter. Aber ich habe an dem Tag eine Erkenntnis gehabt oder einen neuen Glauben in mir gepflanzt. Dass wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, etwas Gutes zu tun, denn mehr hatten sie an dem Tag nicht, dann tun es mehr, als du vorher glaubst. Und das, 50 Euro hätte man einfach einstecken können. Wir hätten es nie kontrollieren können. Aber trotzdem sind 2.500 an den Stand gekommen und haben so mehr 104.000 Euro gebracht, also unsere 50. Plus. und zusätzlich 54.000. Und das war so ein Tag, wo ich gedacht habe, schau mal, wenn wir mehr daraus geben an Know-how und vielleicht auch an Geld und Bildung, dann entscheiden sich mehr Menschen für einen anderen Weg. Und im Grundsatz sind mehr Menschen gut, als dass sie schlecht sind. wenn sie nicht zu sehr in ihrem Beschäftigungs- und Angstmodus sind. Und das fand ich eine total tolle Erkenntnis, dass es da draußen ganz viele gute Menschen gibt, wenn man sich traut, einen Schritt zu machen. Ja. Ich habe zum Abschluss immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Oh, jetzt kommt's. Stell dir vor, Philipp, du lebst noch ein ganz langes erfülltes Leben. Du wirst noch ganz viele Menschen darin unterstützen, in ihre finanzielle Unabhängigkeit zu kommen, mega schöne Zeit mit deiner Family haben. Irgendwann kommt aber der letzte Tag deines Lebens und ich werde zufällig da. Und ich würde sagen, Philipp, danke für alles, was du uns gegeben hast. Heute ist der letzte Tag deines Lebens und es wurde alles gelöscht. Deine Akademie ist weg, deine Bücher sind weg, alles wurde gelöscht. Ich habe hier ein weißes Blöp Papier und einen Stift und du kannst jetzt auf dieses weiße Blatt Papier mit diesem Stift drei Weisheiten über Geld schreiben, von denen du dir wünschen würdest, dass die Menschen danach leben. Und es wären nur diese drei Dinge, die du aufschreiben könntest, sonst wäre alles weg. Was würdest du aufschreiben? Das erste wäre, jeder kann Geld lernen. Die Akzeptanz, dass wie man Tennisspielen lernt, man auch Geld lernen kann, die ist nicht in unserem Land da. Das zweite wäre, Geld ist das, was du daraus machst. In meinem Leben das Thema Spenden. Und das dritte wäre wahrscheinlich, Geld ist eine Möglichkeit, Geld schafft Freiheit. Das wären die drei Sätze wahrscheinlich. Mega. Danke, Philipp. Wirklich von Herzen. Danke für das Gespräch. Danke für alles, was du gibst, für alles, was du auch zum Thema Geld in die Welt trägst, weil ich finde, es war auch in meinem Leben ein so krass schmerzhaftes Thema und ich musste mich da so rauskämpfen und ich bin so dankbar für diese finanzielle Fülle, die heute auch in meinem Leben ist und ich muss trotzdem noch so viel lernen zu dem Thema und muss mich da jeden Tag selber auch so ein bisschen gegen meinen inneren Widerstand kämpfen, weil dieses Thema immer noch für mich manchmal so ein bisschen so rar ist. Aber mir helfen solche Gespräche so sehr, immer wieder in so einen neuen Kontext zu gehen und Geld einfach wirklich als das zu sehen, was es ist, als diese Form von Energie, als Liebe, als Möglichkeit, einfach eine geile Welt zu erschaffen für sich im kleinen Mikrokosmos, aber auch im Makrokosmos. Und deswegen, danke für das Gespräch, danke für alles, was du bringst, danke für unsere Freundschaft und 10.12. einen ganzen Tag mit dir for free zum Thema Geldwissen. Ich bin gespannt und ja, danke von Herzen. Ich danke dir auch recht herzlich, weil ich weiß, dass das in deiner Community und in deiner Welt immer noch ein Thema ist, wo der ein oder andere, wo es ein bisschen knatscht. Deswegen weiß ich das unglaublich zu schätzen, dass du mir neben deiner Familie wohl mit das Wichtigste zur Verfügung stellst oder die Möglichkeit mir gibst, meine Ideen in deine Welt zu tragen. Denn bei dir ist das ganz klar. Du hast diesen Bildungsauftrag dahinter erkannt und das ist glaube ich das, was Menschen wie du oder andere Menschen, die so beliebt, so bekannt und so wertvoll sind und Reichweite haben, das ist eigentlich der einzige Job, den wir noch haben. Ich sehe das heute für mich so, ich nutze mein Netzwerk nur noch, um die richtigen Menschen miteinander zu verknüpfen oder die richtigen Themen miteinander zu verknüpfen, also gerade wirtschaftlich. das darf ich sagen, weil es öffentlich ist, ich verschenke jedes Jahr eine siebenstellige Summe, jedes Jahr, meistens nicht eine Eins vorne, meistens eher eine Zwei oder eine Drei und das ist das, warum ich sage, das Thema kann auch immer größer werden in meinem Leben. Oft haben schon Leute zu mir gesagt, warum hört man nicht mit Zwei, mit Fünf oder mit Zehn Millionen auf, warum hat man ein Mega-Vermögen irgendwann, weil die Frage ist nur, was du damit tust und die Chance, hier bei dir zu sitzen, das ist für mich einfach ein Mega-Geschenk, deswegen Dankeschön an dich und euch allen da draußen, nehmt allen Mut zusammen, schiebt alles, was ihr über Geld denkt, beiseite und gebt euch einmal die Chance, dieses Thema anzugehen und zu erinnern. Dann schaut mal, wo die Reise hingeht. Danke für das Dank. Danke, dass es dich gibt. Ebenso. Willkommen zurück und ich hoffe, dass du ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest, dass du einen anderen Zugang zu Geld bekommen hast, dass du ein anderes Gefühl zu Geld bekommen hast und wenn du von Philipp noch mehr über Geld lernen möchtest, er gibt am 10.12. einen ganztägigen, kostenlosen Workshop zum Thema Geld, Geldwissen, Bildungswissen zum Thema Geld und den Link dazu findest du hier auch in den Shownotes und ja, wenn du da den Tag Zeit hast, da einmal reinzutauchen, kann allein das ja schon ganz viel verändern, wenn man erstmal diesen ersten Schritt geht und sich für was öffnet, wo man vielleicht bis jetzt immer dachte so, ja, irgendwie will ich damit gar nichts zu tun haben, aber die Veränderung kommt nur, wenn wir uns selbst verändern. Deswegen ist es vielleicht eine wunderschöne Möglichkeit für dich, das zu nutzen am 10.12. und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, dass du inspiriert bist, viel für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn du bei Instagram vorbeischaust, at lauramalinaseiler, mir deine Gedanken zu der Folge heute da lässt und Freunde der Sonne, am 4.12. erscheint endlich mein neues Buch Love Codes. 21 spirituelle Botschaften für mehr Vertrauen ins Leben. Es ist ein kleines, feines Buch, was ja einfach inspiriert ist von einer herausfordernden Zeit in meinem Leben und wo ich mir so unterschiedliche Qualitäten angeeignet habe, die mir geholfen haben, durch diese Zeit zu gehen. Und das sind die, die jetzt hier in diesem Buch sind. Also, ich hoffe, dass dir das gefällt. Du kannst es jetzt vorbestellen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. So schön, dass es dich gibt. Halt die Ohren steif, lass dein Herz ganz weit offen, strahl dein Licht in die Welt und rock on und Namaste. Deine Laura.